Ja, hi Willkommen, mein Name ist AniroLB und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Cisteria. Der letzte Zeitpunkt ist gekommen, die finale Schlacht steht uns vor, äh, nein Quatsch, das hatten wir schon. Ähm, in der letzten Folge haben wir Eldalf besiegt, Spoiler. Und, ähm, ja, wir haben so einen kleinen Schubs bekommen, wo es als nächstes hingeht, so optional, questmäßig und so. Also, da haben wir mit Rose in der letzten Folge gesprochen und die hat gesagt, wir sollen eine Pause einlegen in Darmsee. Also machen wir das mal. Aber jetzt, ich finde, sehr oft 33 galt, kann das sein. Äh, Dame, sehe. Mir ist aufgefallen, das Ending ist ganz schön kurz gewesen. So in einem Part, so 20 Minuten, noch nicht mal, ne? Ist auch ein bisschen unüblich. So, was hat man noch nicht? Ist schon wieder so leise? Glaub ich, hier ist Pat. Und? Laira ist nicht so. Was ist denn da? Ich denke, ich würde mich nicht interessieren. Aber... Laira ist nicht so. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Ich bin sicher. Laira ist nicht so. Ich glaube, es war so. Ich habe mich nicht erinnern. 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 Laira ist nicht sicher? Ja? Ich habe mich nicht erinnern. Ich habe mich verletzt. Jetzt bin ich mich personal. Ich habe michein. Ich bin kein Problem. Ich habe mich nicht so. Ich habe mich nicht so. Sич? Laira ist nicht so. ich glaube noch einmal so oder auch wo alles begonnen hat ja in der kapelle okay ich habe mich verwehrt dass am anfang er sich entschuldigt hat rose zu wecken ist da dem leid dass er aus geweckt hat wurde mit ross geredet im hotelzimmer oder was keine ahnung gleich im zimmer geschlafen oder wie frage überfragen er kräuter kräuter wenn ich bestimmt so tausend stunden spielen würde dann ist ich ja eigentlich alle werte maximieren mit den kräutern ich habe keine ahnung maximus 9999 und ja ja hier hat alles schon ewig herrne losen なんだよ2人とも せっかくだから思い出に浸る時間作ってあげようって 憑依よが なしだ お2人とも ありがとうございます ですが どうか皆さんもご一緒に話しておくべきでした スレイさんはあの時のこと覚えていますか ああ 今でもはっきり覚えてる ライラ 同士に課せられる宿命がどんなものか教えてくれたよね そして 今ならわかる 僕たちがそれに押しつぶされないよう ライラは導いてくれていたんだ ああ ああ 俺 同士になって世界を旅して 本当 色んなことに気付けたと思う 改めて言うのもちょっと照れるけど ありがとう ライラ 僕も感謝してる そんな 感謝するのは私の方ですが なにに 誰ができる仕方は 誰にちわげる仕方も 何かの人も Ja, warum immer solche Kamera fragen? Ich versteh das nicht. Ich fühle mich auf diese Befülle. Das ist das Ergebnis, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle, dass ich mich nicht mehr so fühle. ...Sondern? ...Ai-Ra... ...Ich habe nur die Verkaufnahme von mir verantwortlich gemacht... ...Surei hat nur einen Geist. ...Wheir... ...Wheir keine Ahnung? ...Whaier... ...Whaier... ...Surei, sagst du auch! ...Whaier? ...Mispo, auch. Hora! Ja, aber... Baka! Baka! Ich bin zufrieden! Ja... Lyra! Ich verstehe was, nicht wahr? Ja! Genau so! Genau so! Ich wusste, ich wusste, aber... Ich verstehe das nicht... Ich verstehe das nicht... Ja, es ging doch gerade! Warum nicht auch bei den restlichen Katzen? Eine Sekunde hat man das nur gesehen und dann geht es wieder hier so zurück! Danke! Das ist... 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 Oh, ich habe auch so einen Gefühl. Danke, Rose. Ich sage auch, Rose. Danke. Oh! Aber man kann man sich nicht aufhören. Nämlich. Oh, man. Man ist ein Mann. Man ist nur ein Mann. Das ist so. Jetzt ist es gut. Ich bin ein Barsch, aber auch ein Barsch. Gehen wir! Ja! Ich bin wirklich. Ich danke dir. mystiker hat ja und bekomme ich die jetzt erst es ist ja nicht unmöglich die katz ihn so zu zeigen also verstehe ich das nicht kann ich vorstellen hat die datt hat sie gedacht haben das sieht schön aus oder so weil er tut es nicht einfach nur blöde aus war ganz offen und ehrlich auch dass ich noch mal ich gehe es mal ja wir sind ein damen sehr kann ich ja gleich zur katz corner gehen und versuchen den finster als platz zu hauen weil er hatte sehr lange gebraucht und zu erledigen glaube ich nehme ich mal an ok katzen doch gar nicht mehr ich habe mich nicht mehr ich habe mich nicht mehr ich habe mich nicht mehr Ja, das stimmt. Geh mal. So, ja. Ja, ist sehr friedlich hier. Mit toten Soldaten hier auf dem Boden. Okay. Oh, really? was sind wir vertauscht von den klamotten kann das sein blau weiß drei massaker erlernt müsste grad werden dann jetzt noch keine weil irgendjemand hatte noch nicht eine zeit nicht etwa ok weil ich habe ja noch von der collectors edition habe ich auch noch müsste als ich meinen charakteren geben kann aktivieren kann sag ich war habe ich auch noch nicht gemacht dass ich vielleicht auch mal machen ich sehen wir die ja irgendwann mal hatte du machst das hier ja schon die neuen sehen sollen wir uns noch mal in darmsee ausruhen ja ok gut ich komme jetzt bei etwa vielleicht gehen wir veränderte die misstrafe ein paar eisen erledigen nein keine katzdienst werden was mache ich jetzt den westlichen part weil ich jetzt nicht ehrlich gesagt noch hier boss kam starten oder so und irgendwann muss ich doch noch hier zu erledigen gehen versucht gegen ihn zu kämpfen wo ist der letzte schmelztikel acht stück soll es geben wo sind die weise nach rechts alles seehafen über falkenwinden kann ich jetzt ja ne vielleicht hey warte mal am idee jetzt bekommen von eldive vielleicht kann ich jetzt diesen ein monolithen untersuchen in dem war in der nähe von damen sie gefunden haben so gut kann ich ja direkt laufen wer ist voll schnell dank den herrscheiß land ist nicht gut wenn man so schnell rennen kann haha na wo waren der monolithen mal dieses komische fette ding vielleicht kann ich ihn erst untersuchen wenn ich alle monolithen gefunden haben oder so ne da wo ist er jetzt nochmal das ist die frage ich glaube ich glaube ich glaube hier so ein arondach wald ich möchte noch über irgendwelche sachen stolpern wenn es geht ich tue ich noch mal allen ständen in den besuch abstatten sagen wir nicht auf einige monolithen irgendwie übersehen ich glaube aber nicht falsch du kannst bin das gebiet nicht werfen jeder zeug er ist doch was ich meine netten ein komischen monolithen ich untersuchen kann aber nichts passiert da das ist das einzige was mir jetzt noch so einfällt was ich machen könnte meine helions haben wir alle erledigt und schmelzziegel weiß ich nicht wo er sich befinden soll ich kann mich wahrscheinlich dem alicia die als sie hier drin ist weil es gehört ja zu dem spiel hier die trophäe ist auch mit dem schmelzziegel ist auch irgendwie die spiele trophäe und nicht die als die trophäe man muss ja irgendwo ein komplett spiel hier drin sein ja gesagt ja du musst dir wohl sich keine gedanken darum machen ok ok wahrscheinlich einen sehr kurzen part machen wir ja nicht viel passiert gehen wir nach mal entgegen wir mal alle städte immer abtasten ob irgendwie noch eine quest oder so auftaucht irgendwo muss ich nur die letzte mit hat für mich veränderte bekommen ich nehme an sie kommt auch eine ich war irgendwo ein kraut glaube ich ja also ausnutzen so lasst dann vielleicht kann ich ja mit alicia reden dass wir im boss platt gemacht haben den letzten boss vielleicht kann sie sich als uns anschließen das wäre doch gut mir ist auch nichts ein drago kam schon ungelöste missverständnisse ok ok ja das Ich glaube nicht, dass ich mich wirklich fühle. Hahaha, das ist nicht so. Das ist wirklich nicht so. Es ist wirklich eine gute Kombination. Es ist alles klar. Wir wollen das zu tun. Dann kommen wir mal wieder zu sprechen. Das ist sicher. Okay. Heißt das, ich kann ja was machen. Hm? Na, na, na. Mhm. Kam schon, kam schon. Ist er überhaupt hier? Sind die nicht in Lasternbell? Und sich hier so am unterhalten. Sachen Frieden und so. Ritterturm. Mäh. Nicht so aus, als gäb es hier was. Wir tun hier und da so Kleinigkeiten freischalten. Was auch was. Nein, hier gibt es auch nichts. Normans fehlen mir auch noch. Ich habe glaube ich 42 Normans oder so. Laut diesen komischen Bericht hier. Entdeckungen fehlen mir auch noch. Wie blöde. Einige. Einige. Also, wir fehlen nur eine ganze Menge Sachen. Wo ist das hier? Hier. So. 42 und es gibt 50. Acht Stück habe ich verpasst. Meine Güte. Ähm. Entdeckungen. Wenn. Wer mir auch da welche. Muss ich alles noch mal hier auf Screen. Absuchen. Damit hier. Weil ich nicht. Dingern auch On Screen finde. was passieren wird ist ich werde wahrscheinlich mit aktions punkt suche und normen suche durch die gegend trennen da von anfang bis ende damit ich gucken ob ich irgendwas finde also entdeckungen oder normans und was weiß ich gerne einen guten plan da könnte ich sogar noch machen vor ich gegen den finzer turtles und so kämpfe weil der war glaube ich 114 oder so ich mal gucken wird da gar nicht mehr mit langen aufnahmesessions war eigentlich voll viele aufnahmen machen jetzt schon wieder nichts daraus weil ich wieder weiß ich nicht so sachen bin ich will und gern die ganz emotionalen bosse erst machen und dann irgendwie so sachen wie normen suche oder entdeckungspunkt suche optionalen bosse sind irgendwie so ein größeres highlight finde ich wir können den riesigen monolith noch mal untersuchen vielleicht passiert jetzt was das glaube ich besser dadurch auch aufzunehmen weil man heißt jetzt schon wieder so irre weh ich weiß jetzt nicht wieso aber er ist gerade eben irgendwie weil ich hatte so komisch jetzt angeführt dann nie vorher erlebt meiner sagen des planes nicht anstrengend okay gut also was passieren wird ist jetzt ich werde jetzt wortwörtlich von elizia aus bis nach okay vielleicht nicht bis zum letzten dann schon aber so sehr weit werde ich alles abklappern und versuchen so viele sachen wie möglich zu finden so entdeckungen normens was weiß ich und dann melde ich mich dann zurück ich weiß nicht ob ich dann so früh ein paar damit er raushaue oder so ich versuche so schnell wie möglich das alles hinter mich zu bringen und dann sehen wir uns in der nächsten folge von let's play tales of the serie wo ich hoffentlich und vielleicht tue ich auch noch ein bisschen der will ich gucke auf screen mal in einem meiner parts nach welches level nochmal der finster turtles und eisen war dann weiß ich nicht tue ich vielleicht bis zu level 95 oder so trainieren mal schauen mal gucken was sich ergibt jedenfalls ich bedanke mich dann wie immer herzlich fürs zuschauen und sage tschüss bis zur nächsten folge bis zum nächsten mal Vielen Dank.